Da schüttelst du mich grad, Julia. So, ja, ich stelle jetzt mal eine Aufnahme rein auf meinen YouTube-Kanal. Mal eine Aufnahme von Produzieren. Ich mag die, die haben so kleine... Yo, schreib auch mich gleich am Ofen. Donalds und Harald. FIFA 22. So. Jetzt schau einfach mal das Video an, was ich da... Ich find's ekelhaft. Ich find's ekelhaft. Das ist ne neue Brille, das ist ne neue Brille braus. Ich fisse auch dir drunter rum, was ich meinte. Was suchst du jetzt? So, oh. Spieler wird auszulieren. Wo wird der Spieler auszulieren? Wo geht die Laie hin von den Spieler? Wurde doch jetzt wieder. Ich bin gespannt, was die Sau, die nachher so ein bisschen Videos hat. Oh, ich tritt erst mal ne Limo. Ja, jetzt hast du so lange Fingern nicht zu lange... So. Die waren unabsichtbar. Die waren unabsichtbar. Ah, den Verein kenn ich auch nicht. No, ne. Da geht's doch mal Verein. Ich hab' die nicht mehr. Ich hab' die nicht mehr. Ja, vielleicht guck' ich gleich mal ein Video. Und ich bin die Schuhe dabei. Ah, jetzt. Ich versteh' nicht mehr, wenn der Haar rein sonst gefüllt. Haar rein! Ganz kurz, pausieren bis jetzt nicht. Ich weiß, du findest nicht stoppt, hast du nie. Der labert doch die ganze Zeit für 67 so schnell. Hochholt machen wir die Geschwindigkeit langsamer. Haar. Hallo, ich mach grad eine Aufnahme. Ja, bei der Aufnahme möchte ich auch nicht permanent den YouTuber hören. Und so. Dann kommst du fast gar nicht mehr hinterher. Ey. Hey, stopp. Warte, passt gut. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Vorhin, als ich noch gearbeitet habe, eh, sicher. Also voll die witzige Idee. Wenn Steven und ja, Donald und ich und du, Harald, dass ihr in meiner Minecraft-Welt seid, in der Schule drin. Und dass wir dann so eine Art kleines Rollenspiel machen. So dass ich dann Lehrer bin, ja. Und Flavia dann ganz hinten in der Ecke sitzt. Und dann, wenn ich sage, so liebe Julia, die macht die Stunde, der beginnt, dass er dann auf einmal von hinten schreit. Also die Fresse nach vorne, oder? Fick dich doch. Weißt du, was Flavia bei Uno gesagt hat? Weißt du, und Donald dann so, genau der Flavia. Genau Flavia. Fick dich. Weiß. Und sowas dann halt, dass wir sowas cooles machen. Weißt du, Haralds Kanal. Das man bei Harald ein bisschen, äh, Körmeldie fickt. Was? Steven hat keine Minecraft. Mhm. Wer fickt sich jetzt gerade? Ich hab grad mit dem Kissen auf meine Fresse zu hauen. Und? Wann fickst du dir ein? Ey, das ist alles neu für mich. Und Steven hat noch Minecraft gelöscht, aber hat das auch noch wieder herunterladen halt. Und warum bricht Han ein Einladungen, ähm, warum bricht Han ein Einladungen als Trainer für die deutsche Nationalmannschaft? Ich bin, äh, ich bin, äh, äh, ich bin mit Peppe Alliode. Trainer des Monats geworden. Hab, alle Tudewes, ich hab nur die Titel geholt. Und, welche... Was tritt ich als Angebot als Nationaltrainer? Du, 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 du. Nicht Deutschland! So, nicht mal Deutschland will mich, Alter, ausreich, ja, ausreich will ich es haben. Ja, ne, ich will für Deutschland, Sport... ...Zarakat, dein Pech. jetzt ist das mal den Köln, heimspiel den Köln komm, gleich aufschlucken wie vorhin Wuuuuhuuu nein, das ist ja wie vorhin und do, äh, 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 ja, da und hier im Partyship, guck mal, das sieht man, was ich geschickt habe, dann weiß man auch warum so eine neue Brille braucht ey, wir werden das wegen dem Pornner geschickt also ich hab mich voll mit dem Kissen in einer Reifen geschlagen weil ich mich so aufgerät habe, dass ich kann eine Brille aber als deutsche Nationaltrainer keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht als Topscorer der Liga will er natürlich auch heute wieder zuschlagen ist im Moment richtig gut drauf, gleich geht's hier los und ich, Alter, ich muss auf die dumme Idee kommen einfach mal mit dem Kissen auf die Fresse schlagen nur, um mich runter zu kommen, dass ich nicht, dass ich nicht, dass Deutschland mich nicht als Nationaltrainer haben will es gibt kein Angebot als der Nationaltrainer ja Frank Buschmann und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel und jetzt bin ich im mittlerischen Oblach in der Stadion gegen Köln nämlich spannenden Partie Buschi also ich bin sicher, dass wir ein Riesenspiel geht bei den beiden Mannschaften noch gar nicht anders ich bin mal gespannt was was dauerlich schon gesagt in der Bettlin die neue Brille braucht Genesis siehs 3 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 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 Macell, Paluton, Steven und Mittelfeld illuminiert Harald und Donald Schöne, ich bin in Schwede, da, sorry, ich bin kurz auf Paul Lecce Du hast mich vergeteilt! Schau, du musst mal mal den Video mal an schauen, dann schießt du mal eine neue Brille raus Okay, ich schaue es mir mal an Ne, der muss eine Schöne, wo er sich in der ersten Fall drauf, dass du nicht da drauf die Kuss hast Wir sind heute in einem offensiven 4-5-1 Interessante Entscheidung, Wolf, da ist ne Menge los Digga, was hast du mir geschickt, seitdem das Tomorat, was ist... das war ein paar Geschick, ja, ja Ich hab dir ein Video geschickt, was da bestanden war da unten Digga, ist wieder eine Frau, die sich einen Fingert? Du hast ein normales Video geschickt, Daudi Hör doch mal an, wie sie steht Ich hab dir ein normales Video geschickt, ich hab ein Video geschickt, wenn ich dir erkläre, dass du eine neue Brille brauchst Weil das war, weil damals... Hör doch, das hätt ich auch gesagt Ja, da unten steht auch, da unten steht auch Anschluss Köln Ich weiß nicht, jetzt welche Pornos sind es hier Ich weiß nicht, jetzt welche Pornos sind es hier Und dann steht da noch... Also, er kommt alle gehocken, ich hau mich wieder auf 22 Online-Bags War draufgestanden Rot Äh, warte Weiß auf Rot war draufgestanden Und... Und Daudi Daudi hat ich nicht gesehen Bis sind Fadi auch gebrochen, ne neue Brille Nein, wir sind doch einfach im Pornos geschickt Ich hab' nicht Ich glaub' nicht Ich glaub' nicht Oh, geil Herr Lüge, wir aufzutun für eine Witz Ja, Simon Ja, ich hab' das geöffnet von Harald Ja, ich... Ich hab' das geöffnet von Harald Ich hab' grad' das Hinten von Harald Ja, ich... Und der Huse überrein Und lass' mal hier laufen Na, ein Mikrofon Du ich kann nicht sagen Sonst schick' du mal mir das... Mal den Link rüber Also ich.... Er wird alle geha.... H-H-H-H-Techert bei mir Essen 재밌 das HR Nimue angestellt und dann die kommentare vom live und unten 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 und da war eine weißen dann auch weiß auch weiß geschrieben und auch weiß geschrieben weiß auf rot geschrieben mein youtube-name wer fest den sommer und der natürlich den starten und da wird eine neue brille eigentlich jetzt Du Idiot, dann schreib doch das nächste Mal in den Scheiß Infobox rein Ich hab das doch geschrieben, mein Mann Das ist nicht 24, sondern 18,25 Ich hab das doch geschrieben, ich hab das doch geschrieben Ich hab das doch geschrieben, ich hab das doch geschrieben Komm, komm Du Affe, das hast du jetzt wahrscheinlich später verändert Boris, mein Ohr Du musst unten lesen, unten Ganz unten Ich mach jetzt mal nen Video-Shot-Anruf Dinger, weh auf Ich mach jetzt nen Video-Shot-Anruf Ich mach jetzt nen Video-Shot-Anruf Ich mach jetzt los die Affen-Höne rein Oh, der schickt mir hier Paulus und kapiert's nicht Ich schach Gaudi, ich weiß nicht welche Ich muss jetzt mal ein Spakodas haufe Boah, ich muss jetzt mal ein Spakodas haufe Aber bitte schließ die zuerst ganz Und dann geh auf den Link von Harald im Video Und dann bitte Tu mein Freund nicht weg Danke Danke Es tut sich was in der Wolfgang Arena Ich weiß ja nicht, vielleicht wo er hat Ich weiß nicht, wo er hat Harald Ich weiß nicht, wo er hat Harald Das ist genau, ob sich macht, dass ich ihn auf so ner Tor auf seine Leute ne Oh ja Oh, das ist ja Folha Lawlor Floria Floria Florian 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 Walia Florian war mir war so war das ist ja die Schuhe zuhaften aber wir haben ja das war ein bisschen bei dem Flügel die haben ja gesagt dass wir haben ja in der Partei da verspannen Leipzig das war aber egal ich bin so zweck zu werden sie heißt sie haben wir ja ich weiß ein bisschen über 5 weil man hier ist viel Spaß auf der Dünnleide gut ist der dringend zu viel Aspart der sich nicht gut für dich noch ein guter mal der Karte mach ja alles zu dir gute Aktion aber hier habe ich halt das rote rote ist mein weißer rot halt im mind hä? hier habe ich halt das rote meint habe ich nicht gewusst dass was anderes ist der meinte meint das halt ja aber Harald sehr guter Einsatz du musst schreien ja aber da müssen wir auch das unteren lesen das weiß er froh dann ja deswegen habe ich ja deswegen habe ich ja geschrieben ist das 24 oder 22 weil da stand 24 und dann steht 22 das bin ich eigentlich auch mal gefragt aber der 22 oder 24 ist denn er läuft voll zu guter was im Schild Alter du bist du raus fantastisch ach man in der Wanne man jetzt aber komm Alter ich glaube ich gehören hier kommt alles so hart an mein Internet ist das ist kein das ist doch auch die ganze Zeit es bringt einfach nichts, vergiss es einfach läuft dein Leben weiter dein Jötter und der Sitz von Maxx-Made-Made-Made-Made-Made-Sent-Fork auf dem Konto und drehen weiter in solche guten Portnuss ich auch, Harald, ich auch jetzt komm schon nach vorne das Loch ist da unböhm okay, Hoffenheim führt gerade eben den, ähm, 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 Panellistengrad und man müsse den Alter, ich muss aus Sympathie raus, ich muss saufen was heißt saufen, ich verstehe, alle Gordi, die kommen alle gehockt an wenn du den Geschwätz verstehst und die Hälfte, dann auch nur die Hälfte von der Führerfrau also mein Internet ist halt wieder zum Kommen stell mal, rutsch mal aus und neu, start stell die Internet-Dings aus und sonst setz'n Router, WLAN-Router noch mal zurück 11 Router, WLAN-Router noch mal die PS4 der SFC Köln, die Sauschen hört nicht mehr zu Möber, ja, ich muss auch an den Zufaden, dann blöde die da raus Toll, ich hab immer trotzdem mal, man konnte so gar nicht nach die Aufnahme, der hat super gehalten bei der Verbindung in den Spielern, die Menschen dran, die Aufnahme an eine spannere Schülung zu schütten da hat er ja schon mal der Internet neu da kommt die Ecke jetzt fliegen sie nur noch ein Tor durch ja, da steht jetzt eh nur 2 zu 1 ich hab das Spiel, bei dem Spiel müssen wir noch ein paar Tore machen hier ist dieses Tor noch mal, sie bringen die Ecke rein und dann ist das wunderbar gemacht, mit dem Kopf ist er zur Stelle ja wunderbar gemacht perfekt 2 1, hier ist noch alles drin na komm, jetzt wird auch noch gleich das nächste Tor für mich vor allem, vielleicht Sean Longstar und wenn das dann ohne Schüttel wird das gibt's doch nicht Doppelschlag innerhalb weniger dann ist es mir auch ideal, weil wir trotzdem um zu schlagen bleiben aus nächster Nähe das Tor mit einem ohne Schüttel in dieser Situation auswächtigt bitte noch ein Tor machen für Schluss und der geht am Gegenspieler vorbei und das zweite Tor von Steven macht eine Geführung der Ball geht da unter die Latte boah, da passt alles schön unter die Latte reingeschossen ich fühle mich auch mal einen Ladekampf für die Bleistösen-Controller ist das die Entscheidung, Buschi dass sie nicht mehr Leute die Bleistösen-Controller laden kann in wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung super Einsatz, da kann ich stoppen kommt zum Schluss der Spieler noch gewinnen um die weise, um die Wollte Spannung reinholen da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen drei Minuten sind's noch und da holt er sich den Ball Marcel das Spiel ist aus die Gasgeber gewinnen so, wir wollen dann